Moin Leute zorn, moin wir. Heute spielen wir mal spielen. Wir spielen nix. Ich guck. Wir gucken von mir. Ich reagiere jetzt auf mich selbst. Der ist einfach nur gut. Man fliegt da fünf Meter mit. Da wollte ich eigentlich noch den anderen auswählen. Das fand ich komisch. Ich möchte euch lieber nicht meine Versuche zeigen. Da. Da. Ich tue mal so als würde ich gerade spielen. Das ist wie das Spannende. So, das ist jetzt das Spannende. Die waren gut. Die war so gut. Die hat mich immer rausgehauen. Wieso steht er wegen ihr? Ich hab mich selbst umgebracht. Ich wollte draußen bleiben. Die hat mich immer rausgehauen. Ich fand das so. Das hat mich so aufgeregt. Diese blöde Kula. Zum Glück ist sie dann noch rausgeflogen. Da. Die Stelle. Da. Die Stelle. Ja. 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 Jetzt hab ich sie wieder rausgekriegt. Das war toll. Da. Ja. Ja. Die, das, die Stelle war auch so schön. Ja, sie war so ein Miststück meiner Qualität. Ich hab da so gesessen und halt die, die da nochmal rausgefiltert. Ich hab da so gesessen. Da dachte ich, komm, lass mich doch. Ich hab da so... Die hat mich so... Das war 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 so...